Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2, wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht und zwar auf der ETZ, hier bei der gewohnten Bucht unten, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf der ETZ anzutreffen ist. Wir schauen, wo er exakt steht, ich zeige, was er dabei hat, gebe meine Expertise zu den einzelnen Exos, Rüstungen und auch Waffen ab, das heisst, wir schauen uns im Überblick an, was hier so geht. So, ich mute mal ganz kurz den Sound hier vom Event, ansonsten haben wir da die ganze Zeit Eventsound im Hintergrund. Und wir haben hier den lieben Xur, der hat wie immer ein exotisches Engram dabei und dann als nächstes die Arbalest, die hatte er erst kürzlich dabei, wenn ich mich richtig erinnere, die ist gar nicht mal so schlecht. Heute Kugeln, die den Schild von Kämpfern massiven Schaden zufügen, stark gegen Barriere-Champions. Zudem, zerstörst du einen Feindschild, da muss ich nochmal schnell muten, zerstörst du einen Feindschild mit dieser Waffe, sind sie für kurze Zeit anfälliger für Kinetik-Schaden. Grundsätzlich merkt ihr schon, wenn ihr Aktivitäten spielt, wo ihr Barriere-Champions habt, könnt ihr das Ding easy mitnehmen, die Feinde einfach wegschießen dadurch, beziehungsweise die Barriere und so das einfach meistern. Die verlorenen Sektoren auf hohem Schwierigkeitsgrad oder auch Dämmerung, wo Barriere-Champions zum Beispiel nicht wenig vertreten sind, da glänzt das Ding durchaus. Meines Erachtens nach ist es ein Must-Have, weil sie wirklich nützlich ist, wenn es eben um solche Aktivitäten geht. Für PvE also sehr gut, bei PvP würde ich eher sagen, kann man drauf verzichten. Zumindest auf dem PC. Dann haben wir für die Jäger mit einem 67er Gesamtwert sehr, sehr hoher Wert, auch von der Verteilung her eigentlich ganz gut, wenig Mobi, der Rest schön anständig verteilt. Die Fähigkeit erhöht die Effektivität in der Luft, das Handhabungstempo sowie das Nachladetempo der Pistole. Wenn du kritisch vorhanden bist und zu einer Pistole wechselst, wird sie nachladen und verursacht mehr Schaden, während ihr Effekt aktiv ist. Lädt Pistolen Todesstöße, die Waffe nach und verlängert die Dauer des Effekts. Jetzt ist es so, dass es durchaus interessante oder ich sage eher lustige Kombinationen gibt, wo man hier die Pistolen erheblich verstärken kann. Und auch Pistolen im Allgemeinen sind im PvE gar nicht mal so schlecht. Die schneiden relativ gut ab. Grundsätzlich aber ist es eher weniger vertreten, somit auch die EXO. Für PvP dasselbe, auch da würde ich eher sagen weniger vertreten, meines Erachtens nach also kein Must-Have, außer ihr wollt was Lustiges zusammenbasteln. Da sind die Werte tatsächlich auch sehr in Ordnung. Dann haben wir für den Titan Wurmgott-Berührung die EXO mit einem 63er-Wert relativ tief und leider Gottes sehr wenig Stärke. Die Verteilung hier ist also nicht so gut. Die Fähigkeit ist, Nahkampf-Kills erhöhen den Nahkampf-Schaden für eine Weine. Zusätzliche Kills verlängern die Dauer und erhöhen den Effekt. Jetzt merkt ihr schon, es ist viel auf Nahkampf ausgerichtet und da wir hier wenig Stärke haben, beißt sich das ein bisschen. Die EXO an sich war eine Zeit lang extrem stark. Da gab es auch sehr, sehr starke Kombinationen, wo man also wirklich verdammt viel Nahkampf-Schaden herausgehauen hat. Jetzt aktuell ist ein bisschen generft worden natürlich. Immer noch lustig, wenn man sagt, ich will den Titan mal so basteln, dass er im Nahkampf richtig schön durchboxt. Dann holt euch die, probiert sie aus. Wenn ihr gerade Langeweile habt in Destiny, könnt ihr ja da ein bisschen rumexperimentieren für PvE. Da gibt es wirklich coole Sachen. Leider, die Werteverteilung nicht ideal, aber ein bisschen Spaß zu haben, kann man es trotzdem natürlich spielen. Gut, für PvP würde ich es übrigens eher weniger empfehlen. Dann kommen wir zu etwas, was ich im PvP aber empfehlen würde, und zwar die transversiven Schritte für den Warlock mit einem leider nur 64er Gesamtwert. Wenn man sie aber gar noch nicht hat, trotzdem holen. Sprint-Tempo erhöht. Nach kurzem Sprint wird deine aktuelle ausgerüstete Waffe automatisch nachgeladen. Ihr merkt schon, okay, für PvP durchaus nützlich. Sprint-Tempo erhöht, schneller unterwegs zu sein. Im PvP, das macht was aus. Das heißt, eine Zeit lang wurden die hier sehr, sehr gerne gespielt. Im PvP immer noch stark vertreten. Ich spiele sie selber noch sehr gerne im PvP. Das heißt, die kann man für PvP mitnehmen. Im PvE, ja, da gibt es andere, die sind besser. Ich meine, das Nachladen kann auch sehr nützlich sein im PvE, keine Frage. Aber für mich, PvP-technischen Must-Have. Holt sie euch, probiert sie aus. Ihr werdet feststellen, okay, das macht gut einen Unterschied. So, bevor wir zu den Waffen kommen, ihr wisst Bescheid. Hier gibt es Werbung von meinem Werbepartner Holy Energy oder auch Holy Eistee. Die haben beides. Das ist ein Pulver, das ihr bestellen könnt. Mit Wasser selber anrühren. Und euch dann gemütlich ein Eistee mixen. Oder ein Energy mixen. Die haben auch neu Hydration. Und wenn ihr sagt, okay, klingt interessant, aber eine Box zu holen ist mir ein bisschen zu teuer, um es auszuprobieren. Die haben auch leckere Probierpacks. Das heißt, schaut da sehr gerne vorbei. Holt die Probierpacks, testet euch durch. Und wenn ihr sagt, das ist lecker, könnt ihr noch mehr holen. Und wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich, dann habt ihr nicht viel Geld ausgegeben. Dafür sind sie schließlich da, die Probierpacks. In der Beschreibung ist alles verlinkt, wenn ihr sagt, das klingt nice. Wie gesagt, das ist Werbung. Ich bin mit denen gepartnert. Das ist ja einfach voll transparent, da natürlich gesagt habe, was Sache ist. Also, bei den Waffen gehen wir so drüber, dass ich es anschaue. Wenn ich sage, okay, das finde ich gut, dann ist es meines Erachtens nach gut. Wenn ich nichts sage, dann lassen wir es. Den hier finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, es geht. Es geht. Pistole mit mehr Schaden. Auch eher nicht so. Auskommen. Killclip ist ganz witzig. Ist eine nicht schlechte Kombination. Nutration auch nicht so eine schlechte Hand kennen. Aber da gibt es bessere Workaholic mit erstem Schuss. Ja, für die absoluten Cracks im PvP vielleicht ganz interessant. Aber grundsätzlich würde ich auch eher sagen, nein. Wenn ihr übrigens sagt, hey, Next unterschätzt die Waffe nicht. Die ist richtig gut. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich natürlich. Ich würde natürlich einfach gerne Feedback geben. Aber es sieht mir eher danach aus, dass auch dieses Wochenende nicht so viel Gutes dabei ist. Nebesiegen von Gegnern. Granatwerfer doch eher für Bossschaden zum Beispiel. Ja, das an En Garde auch nicht eher so das, was ich sagen würde. Nein, waffentechnisch sehe ich nichts, wo ich sagen würde mega gut. Und das wäre noch die Falkenmund. Und weil sich das ja viel gewünscht wurde, schauen wir noch die Rüstungen an. 51er Wert, viel zu tief. 49er Wert, mein Gott. 50er Wert. Ähm, what the fuck? Was ist da denn los? Okay, 58er Wert. Ja, was soll ich sagen? Eher nicht. Gut, das war der Warlock. Schauen wir uns den Jäger und den Titan natürlich noch an. Was haben wir? 53er Wert. 56er Wert. Ist es wie der Buggy? Hat Bungie das wieder falsch eingestellt? Es wirkt fast 48er Wert. Mein Gott. Okay, da empfehle ich mal gar nichts. Weder Warlock noch Jäger. Beim Titan schauen wir mal schnell rein. Da wäre mit dabei. Sobald es geladen hat. 51er Wert. 53er Wert. 54er Wert. 50er Wert. Okay. Das wirkt in der Tat für mich so, als ob es mal wieder ein bisschen buggt und Bungie da irgendwie vergessen hat, die Sachen richtig einzustellen. Würde mich nicht wundern bei dem aktuellen Stand, den sie in diesem Studio haben. Da wird sich irgendwas eingeschlichen haben, was nicht in Ordnung ist. So, 60er Wert brauche ich nicht. Da habe ich besseres. Es ist viel zu tief. Viel zu tief. Weiß ich nicht, was mir das Spiel da verkaufen wäre. Gut, das war es mit dem lieben Xur. Wir haben uns die Waffen angeschaut, die Rüstungen angeschaut. Ihr kennt meine Expertise. Wenn ihr sagt, hey, die und die Waffe ist gut, schreibt es in die Kommentare. Lasst ihr gerne ein Like da. Und schaut auch gerne bei meinem Werberpartner vorbei. Das war es von dem lieben Xur. Und am Ende bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann. Vielen Dank.